Abregelung. Aktivieren. Das ist nicht gut. Abregelung. Und das, meine geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das Alien. Nein, doch. Kommt ihr oder nicht? Nein. Wenn sie da ist, wo ich denke, ich will sie mal begrüssen. Hallo! Ach, Mann! Gut, dann passt ich mir mal Sensor. Äh! Medi kicked. Tick, 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 tick. Na, wo ist sie, Rüepli? Findet ihr sie? Das Arschl in die Höhe. Äh. Warte ich's auf. Gut. Da leuchtet was. Was haben wir denn da? Was ist denn hier? Das ist gar nicht gut. Hey! Pissin! Ach so geht das hier. Ja, ist ja gut. Eure Nuggets. Nicht mit mir. Mal wieder heilen. Ach komm! Ach komm! Ach komm! Inventar voll, du wirst mich schon veräppeln. Ich hab nix mehr zum... Ja. Ist er weg? Ist er weg? Er sollte mal weg sein. Nein! Warte mal, warte, warte, warte. Ich versuche jetzt nur was. Ja genau! Jetzt kommen beide. Warte mich verarschen. Dann lassen wir's halt mal sein. Ach! Schnauze! Wer ist dafür die Suche zu beenden? Sie sind längst verschwunden? Ich glaube die haben jemanden getötet. Woh, sie ist schon in Toppenmoral, wenn ich sage, wieso hat er es immer getötet und ich töte sie auch. Ich weiss, ich weiss, ich weiss. Ich kann nicht glauben, dass wir das schon wieder machen. Wir sind sehr, 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 sehr unberechenbar. Ich glaube da ist eine Leiche. Unser Gast versteckt sich hier irgendwo. Sucht überall. Alter! Wir haben sie verjagt. Suche beendet. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Wir werden bald schlafen müssen. Ich finde es sehr, dass sie immer alle am selben Ort stehen bleiben. Und dann... Hat er was gemerkt? Ja. Ja, komm! Ja. 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 Ja, wir haben unsere Ruhe. Ja. Da habe ich den nehmen. Ja. 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 nicht dass ich fan wäre von so was von waffen so kann ich ihn nicht nehmen ok das spielbild auf waffen los machen soll mir recht sein ich lasse es mal sein kann ich mich jetzt ein bisschen umschauen in aller ruhe es wäre doch schön das ist die mittel ganz man weiss ich habe ich doch Vielleicht mache ich was falsch, also es bringt mir einfach nichts. Und wo sind wir jetzt? Wo muss ich hin? Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich will mich aber hier noch ein bisschen umschauen. Gut, dann haben wir hier. Wo ist alles? Gut. Speichern, 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 speichern. Kann ich hier hin? Ich fürchte nicht. Ich weiss, ich werde es bereuen. Aber ich speichern jetzt nicht an. Ausweiskarte. Weiss ich ob es die braucht, aber dann haben wir. Ich wollte Kuh. Kuh. Hier passt dann wieder mal was. Kann man nie genug haben Leute. Schrott. Schrott haben wir genug. Wo muss ich hin? Hä? Von rechts? Was? Stimmt doch nicht. Ah doch hier. Stimmt das jetzt? Ja. Okay. Das sieht schon genial aus, ne? Also wer die Filme liebt, wird das hier extrem mögen. Wollte nicht sagen, wer die Filme mag, aber ich denke da muss man schon ziemlich fern sein. Ja, ja. Das erkenne ich sofort wieder. Und das auch. Und das auch. Es sieht auch sehr, sehr, sehr gut aus. Ich kann mich verstecken. Das heisst nichts Gutes. Hallo. Wer ist denn da? Aber die Frage, ob wir allein sind, ist eh hinfällig. Sind wir nicht allein. Hot Foods. Echt? Geil. Ich würde mir jetzt ein bisschen Pommes rauslassen. Oh, Speichern. Nice. Jut. Und wie geht es weiter? Geninge Energie. Na endlich mal! Das heisst jetzt hat auch was gedauert. Nicht, dass ich auf Leute schiessen will, aber... Es ist nie gut. Es ist ja eigentlich nie gut, wenn man einen Revolve findet. Das heisst, es kommen Gegner. Ja. Na also. Hm 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 hm. Was? Was? Achso. Na 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 na. Einen Leuchtfockel. Inventar. So. Okay. Aha. 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 Oh Gott. So. Brauche ich eine Black Granate. Was? Ich habe jetzt was eingesammelt. Ähm. Ah, ich kann basteln. Dann bastle ich doch. Ich dachte ich hätte was gehört. Okay. Aha. Eine Rauchgranate. Inventar. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Und was gibt es hier noch? Oh Gott. Der Flugschreiben. Blackbox. Was? 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 Nein! Verdammt! Okay. Okay. Konzentrier dich. Wer hüpft denn da rum? Äh. Spielt hier was rum? Ja, wo muss ich hin? Das bedeutet doch was. Dass ich diese Dinge verschieben kann. Nach da hin? Mal schauen. Nö. Aha. Läuft! Mal schauen, ob das klappt. Ähm. Was? Was? Achso. Mit der Maus. Ähm. Was ist das hier? Das ist das hier? Das ist das hier? Das ist das hier? Das ist das. Und das. Ich mag sowas echt. Das finde ich sehr schön. Aha. Volum-Munition. Was zum Verstecken. Bindemittel. Ausweiskarten. Das ist sammelbares einfach. Ja. Was ist das? Ja. Ja. Das weiss ich auch nicht, Murli. Ich weiss nur, ich kann hier raus und ich kann weitermachen. Das freut mich extremst. Energie. Wir speichern doch mal wieder. So, mein PC rechnet gerade. Das heisst nie was Gutes bei einem Horrorspiel. Ich aktivieren sie, ja. Okay, das ist nur hier in der Abzeigung. Kann ich hier was machen? Auch nicht. Kann ich hier was machen? Auch nicht. Beware of Backseed. Ja, ja, schon gut. Das ist das kleinste Problem momentan. Oh, wir sind schon dabei. Okay, das ist das E. Das ist das und das ist das. Dankeschön. So, auf das Terminal zugreifen wieder mal. Ach, Chief Potter. Chief, die gute Nachricht ist, dass sie archivieren. Das sind die Masksysteme. Das sind die Zuversiegerung. Die Transparenz aktuelle Däuest bei Bündnis. Das sind dieimportigen Bundeskollegen. Das ist einfach. Ja, es gibt ein paar undichte Stellen beim Datenverkehr. Vorpassend des Fortschritts, Sebastian Paul trostlos ist die Raumstation, die niemand verwaltet von einer Firma, wohin sind die Millionen Investitionen verschwunden, äh Milliarden. Mein Name ist Julia Jones, mit diesem Bericht ist Colonial, habe ich zwei Monate lang gelebt, auf der Donutskulare ist entdeckt, äh ja ja. Nix, auch nix. Ja ja, es ging hier viel falsch, offensichtlich. War ich hier nicht schon? Ah, Abriegelung, die Aktivieren, das ist nicht gut, oder? Ah! Oh, 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 oh. Und das, meine geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das Alien. Ich meine, du kannst ja nicht eine Abschottung abschalten und dann nicht damit, dass hier ein Alien rumläuft. Aber gut. Was haben wir sonst noch? Von da kamen wir, also geht's zurück. Alien, bist du da? Nein. Hier festlassen. Da kamen wir her. Ja, ich weiß, es ist irgendwo, aber so schnell müssen wir jetzt auch nicht Angst haben. Ah, da habe ich die Karte fast vergessen. Ich weiß nicht, ob die Ausweise oder die Karten sammelbar sind. Etwas ist hier sammelbar. So, wir können nicht mehr da hin. Aber hier. Ja. Äh, das, das und das. Ah. Wer macht die so krach? Ach, das macht doch nicht so krach. Hier waren wir, oder? Gibt es hier noch Türen? Mit Allüren? Also was, was? Ich wollte eigentlich nach unten. Mal sehen, was ganz unten noch ist. Hier kann man nicht durch, oder? Nö. Hier waren wir. Und hier gibt es nichts mehr. Ne. Ich will nur alles erkundet haben. Muss ja nicht 100% sein, aber. Das gibt wieder Schritte. Wo war da noch was? Ne, ich wähle Karte. Oben links. Oben links ist noch was. Oben links. Wo ist oben links? Ah. Gut. Oh, hallo. Ja, ja. Das Alien ist noch nicht da. Wir sind gleich tot. Ach, shit. Ich wollte euch doch den Tod zeigen. Hallo. Hand drauf. Ich wollte euch noch den Tod zeigen. Oben. So, wo sind wir stehen geblieben? Ich weiß, wo wir sind. Wo müssen wir hin? Ah, ja. Hab ich noch was zum sammeln? Ja, ich mach's noch kurz. Das hat ja nicht lang gedauert. Da. Wo ist das Hacking System jetzt? Wo war das? Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Ja. Eigentlich kann ich auch wieder raus. So weit sind wir. Das kann nicht drin sein. Äh. Ja, und wo? Schon wieder? Hier drin, oder? Ja. Gut. Machen wir noch mal kurz. Hat ja Spaß gemacht. Oh Gott. Das macht man nicht so Panik. Hm. Das haben wir gesehen. Muss es doch nochmal damit. War nicht ob es das gecheckt hat. Äh, hallo? Doch. Wollt doch sagen. Sensor voll. Ach. IQ drücken. So haben wir alles. Baupläne genommen. Gut. Dann aktivieren wir nochmal. Ach so. Die aktivieren. Wo war das wieder? Ach da ist auch noch was. Ich verpasse. Ach ne, das ist das. Doch. Die aktivieren. Wo? Hier? Nee. Äh. 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 Wir. Wir sehen uns nochmal. Wie sehen uns nochmal. Geht! Es ist schon sehr schnell, oder? Das muss man dem Alien ja lassen. Waren wir hier schon? Ja. Gut, es geht wieder aufwärts. Hier war er schon. Wir sollen uns ja ein bisschen verstecken. So, wenn ich wieder sterbe, werde ich es cuten, ne? Wo muss er hin? Ah, ich will jetzt noch nach links. Genau. Ihr wisst, dass es da ist. Also, ich will einen Umweg finden. Ist das Downton? Nö. Es ist also random. Warte, jetzt da rein. Ach, hör doch auf. Ach. Wo muss ich lang? Auch noch links. Ich riskier's. Ist doch überall Futter für das. Ich bin doch dein Freund. Ich hab dir überall Futter hingelegt. Ich bin doch dein Freund. Okay. Uh-huh. 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 Willkommen bei Seeks & Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Alle rennen weg. Schnauze. Was haben wir hier schönes? Kann ich den Hibi lahmlegen? Gut. Auf die Reinigung, weiß ich nicht wie sehr sie wichtig ist. Ach ja, wenn ich schon was gebastelt habe. Ist auch nett. Nutzen. So, ja cool. Alles feine feine hier. Da war gar nichts drin, gar nicht feine feine. Entschuldigung. Tja. Ansonsten. Ja, ich geh ja. Tut mich das aus, dass es so neblig ist. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synteten des Modells hier wie... Ich glaube, ich bin zu weit. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschrittenen Menschen in Licht anruhen... ...für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeks & Sie ist andeutlich hilfbar, sodass Sie Schließwissen mit wenig zu tun haben. Dann melden wir uns eben mal an. Hallo, mein Name ist Ripley. Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Kein Wunder, dass Siegsen das technische Wettbewerb verliert. Hehehehe. Voll das ist. Nehmen Sie Platz. Ja, soll ich auch. Begeben Sie sich unbedingt zum Kommunikationszentrum. Ja, ja. Dann machen wir das doch. Ich kann, äh, oder kann ich jetzt da lang? Kann ich hier lang? Ne. Da lang soll ich ja... Oh, da kann ich ja her. Ich kann eh... Ne. Ne, ne, ne. Gut. Dann würde ich sagen... Für die Übersicherheit, wo wir befinden, sind unsere Sündigen des Modells HIV sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass der Umgang mit fortgeschritten... Die Marktforschung hat ergeben! Die Marktforschung hat ergeben! Die Marktforschung hat ergeben! Die Marktforschung hat ergeben! Siegsen's HIVs sind andeutig erkennbar, sodass Sie Schilds wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Da kann ich gar nichts machen. Das ist das Siegsenversprechen. Auch nichts. Das geht uns am Herzen. Erkundet haben wir schonmal. Ah ja. Hallo, HIVs! Hält ihr freundlich? Also muss ich euch einen überbraten. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie's. Ich komm schon selber rein. Ja? Davon würde ich abraten. Dann rate ich mal ab. Ich rate hier ab, mich zu nerven. Ich habe Nerven Schraubenschlüsse in die Gigantischen und... Deine Birne sieht sehr weich aus. Aha. Ja? Eine Art Tracker. Er wurde modifiziert. Na also. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Gibt es ein Problem? Nein! Ruhe! Nein! Kein Problem! Hugh, ich habe ein manueller Schloss an der Tür nach oben angebracht. Aber Umfelde zu vermeiden, während wir rausfinden, was hier los ist. Abschnitt fehlerhaft. Zuerst erschienen in Auri auf Siegsen. Wir wollen ihn keine neue Welt sein. Wir wollen ihn... Wir hoffen, sie werden sich auf unsere Reise hier anschliessen. Morgen im Mai zu Siegsen. Unser Ursprung im All. Mal drei, insofern. Mal drei, insofern, dann ist die andere. Sieg und Sohn, so... Und Sieg und Sohn, so... Und Sieg und Sohn, so... Und Sieg und Sohn, so hat er immer Leute. Hier haben wir uns... Okay. Türmechanismus überbrücken, ja. Gut. Das ist zwar immer gefährlich, aber wir haben unsere Ruhe. Okay. Habe ich noch einen Abschnitt nicht angeschaut? Gut. Sorry, der Wank in mir. Links von mir soll was sein. Ah, das ist hier. Sonst? Hier waren wir, oder? Na ihr Hibis? Ich komme nirgendwo rein momentan. Nein. Aber schau mal, kann man ja. Ja. Hier war ich. Was? Wo kann ich rein? Nee. Zwei Türen, wo ich rein kann? Ach, hör auf. Da, da, hier. Nö. 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 Stimmt doch gar nicht. Gut. Ich gehe mal den Weg, den ich gehen soll. Hallo. Na? Alles klar, du Rübe? Nein. Das ist so. Wie viel zu speichern? Man dürfte mal speichern können. Danke. die 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 name sie alien sind sie auch schon hier oh jetzt geht sie ganz schön weit aber erst mal ach so was okay ist das nett ist das sehr nett was ist denn da schönes ich glaube ich müsste mal wieder ein bisschen basteln glaube ich bastle mir mal wieder medikit vielleicht bastel ich mir auch mal eine lenkgranate was für eine revolver basteln na ach so und hier kann man auch rein was alles klar habe keine energie verloren oder was was aber drehen das haben wir hier feines dann gehen wir doch da mal rein lassen sie mich durch ich bin's erkennen sie mich nicht hören sie mir zu wir müssen die langstrecken kommunikation wieder herstellen sie werden hysterisch kommen sie zurück ich warne sie suchen wir nach einer freundschaftlichen oh mein gott Diese freundschaftliche Lösung gefällt mir sehr gut, die werde ich am nächsten Hewie ausprobieren. Die Sie sagen ja, was ist eine freundschaftliche Lösung da, schliesse ich mich an, hallo Hewie, der nächste Hewie spürt bei die freundliche, weiche, aber ich bin hier zu weit, oh gar nicht hier hin, eigentlich wollte ich, ach verdammt nochmal, ich bin ja alles zurück, wir haben oben noch nicht alles angeschaut, sorry, da werde ich jetzt kurz hin. So, ob die Zeit muss sein. Das Monster ist nicht das Schlimmste momentan, oder? Hallo, klettern. Ich muss am Handgelenk, sorry. Wo wollte ich noch hin? Ah genau, das Wohnabteil. Das war... Mal duschen wäre auch nicht schlecht. Was? Geräusch? Geräusch machen? Was? Geräusch machen? Na, wenn wir schon können, können wir doch. Was das bringt, frag ich mich, aber... Was ist dann die nächste Frage? Ich würde sagen, das hat sich gelohnt. 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 Ich würde sagen, das gehört... Ich bin schon längre aufnehmen. Gut, ich muss mich unterbrechen, aber... Aber... Was? Ich bin nicht da. Stimmt nicht. Halt auf! Halt auf! Ich weiß, was ich tun muss! Ich weiß! Oh, Hiwi! Wo ist der nächste Hiwi? Ah, was zum Lesen. Ihre Aufzeichnungen sensiblen Filmen wurden automatisch in einer Hütung von den Zähnen für Schindlösen entdeckt. Die Vorfahrt wurde im Namen des Zähnen von Apollo aufgezeigt. Schon wieder weiterfahren, werden sie sich mit ihren Vorgesetzten vertreten, blablabla. Ungültige Pfad. Apollos Auge Riggs haben sie noch immer bei Sixen. Werden sie sich noch an den Ängsten, die letzten Jahren. Der Ehrgeist, den ich ihn geholt habe, sie können sich letztendlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importbrocken mit angesehen. Und er konnte mich nicht wissen, aber ich verstehe noch nicht genau, wie die Dinger auf Sebastian vorlaufen. Und droht nun damit Rates einzuschalten. Rates! Dies gibt uns allen Schaden. Also wir haben sie ein Auge. Auf jeden Fall. Ich hätte etwas Interessantes gegeben. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihnen nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege, der Kollege heisst Jenny, wohnt in der Bereich 651. Falls alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen Arbeit für sie. Wir könnten hier aufräumen. Ransom. 651. Okay. Zimmer. 651. 651. 651. Ich habe Hunger. Ich muss versessen gehen. Die Frage nach oben. Jetzt bin ich am Dach! Sie wird nicht komisch. Oh! 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 Unvermuntbar? Ja, heilige Scheisse. Äh... Vom Glück bin ich sowieso nicht da. Also bis nicht geschaltet. Ich frage mich gerade nur, ob ich den... Nein, das ist nicht. Das stimmt. Äh... Lass mich! Ich kann nicht durch! Lass mich durch! Doch! Kann ich nachladen, oder was? Doch! Okay, irgendwie bringt das nichts. Das letzte Mal wieder. Jetzt bin ich an der Seite. Oh! Ich merke, es bringt nichts. Es bringt einfach überhaupt nichts. Dann gehen wir mal. Ja! Ja, Rennertunfall! Du bist im Unfall, du! Das hat ja gar nicht funktioniert. Aber probieren wollte ich es. Gut. Ho! Boah! Nervt halt! Sag mir nicht, wo ich sein soll, ey. Du hast es getan. Du hast getan. Ich wette ja, dass man die aus... Abmachen. Ich wette da. Ich wette ja einfach. Ich will hier sicher nicht alle Munition vergraben. Gut, was ist hier? Es ist ein Umweg, aber kein Praktischer. Achja? Ja? Äh... Ich kann das nicht gehen können. Wegen einem Schuss das ganze Magazin leeren. Genau, das ist mein Humor. Wollt ihr mir verarschen? Alter! Jetzt geht mir halt auf den Keks. Och, ne! Alter, ich will sie nerven, ey. Ich will sie nerven. Hier was nehmen. Sie gehen so aus auf den Keks Lass mich endlich mal Ich muss mich heilen und dann will ich da nochmal hin Oh Gott Nein, da funktioniert die freundliche Gegrüsse bei denen nicht so Was? Ey Wieso, wieso habe ich mich nicht richtig heilen können? Was? Äh Medikit? Heilen Ok, das muss reichen Haaaaaa Du bist im Gesichertwerk bereit jetzt Nein, sie nerven gar nicht Nein, nein Oh Hab ich den doch gekillt? Kann man die doch killen? Das wär ja mal gut Schlange nötig Steig Herr Was Ich halböck Vouche Ich halböck Schöne